Die wichtigsten Punkte waren für mich, dass ich gut beraten bin und einen guten Preis erziele, aber vor allem, dass das rundherum stimmt, weil der Tod meiner Mutter war sehr emotional für mich und der Verkauf in der Wohnung, in der ich eigentlich aufgewachsen bin, ist natürlich nicht so einfach. Daher war es super, das professionelle Team, um mich zu haben. Ich habe genau den Preis erzielt, den wir vorher besprochen haben und den ich wollte. Mein Name ist Gernot Atner, ich bin Autor und Unternehmer. Ich arbeite im Bereich Internetmarketing, wo es darum geht, Kunden anzuziehen, Kunden und Spuch. Ich glaube, wir haben uns in einem Business-Netzwerk kennengelernt und haben dann ein Projekt gemeinsam gehabt und seitdem kennen wir uns. Dann habe ich gesehen, wie deine Arbeit funktioniert und schätzen gelernt habe. Ich habe nach dem Tod meiner Mutter eine Wohnung in Niederösterreich, in Glocknitz geerbt und die wollte ich dann verkaufen, weil von Klagenfurt nach Niederösterreich für mich das nicht so einfach war. Nach dem Tod meiner Mutter, ich wollte es nicht übernehmen, weil ich hier in Klagenfurt wohne und das zu vermieten, erschien mir eine nicht so optimale Lösung. Jetzt haben wir es verkaufen wollen und habe ich mich an den Tisch gewandt und dann ging es ziemlich schnell. Das, was mir am meisten gefallen hat, war das Video und ich glaube, das war ein absoluter Kundenmagnet und der hat auch wirklich den Käufer letztendlich gebracht. Das Video von dir und damit auch herzlichen Dank an dein ganzes Team. Das Video ist super professionell gewesen und war richtig Verkaufshit. Ja, der war extrem schnell. Wir haben das, glaube ich, Anfang April inseriert und dann innerhalb von zwei Wochen ist Kaufangebot Tag gewesen und ich habe es dann ein paar Wochen später angenommen. Ich war mit dem Verkauf und der Betreuung so zufrieden, dass ich Best Place jederzeit weiterempfehlen würde. Super. Super.